In meinem letzten Video habe ich gezeigt, wie Christen die Heilige Schrift uminterpretiert haben, um sich den Tod von Jesus zu erklären. In diesem Video will ich zeigen, dass das Neue Testament den Aussagen von Jesaja 53 widerspricht. Für eine tiefere Auseinandersetzung mit Jesaja 53 sehe mein Video Jesaja 53 Wort für Wort. Fangen wir an. Haben die Schüler von Jesus Jesaja 53 so verstanden, dass es sich auf den Messias bezieht? In Matthäus 16 fragt Jesus seine Schüler, was sie denken, wer er, Jesus, wirklich sei. Petrus antwortete, dass er der Messias sei. Matthäus 16, 15 bis 17 Er fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da entgegnete ihm Jesus, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir sehen, seine Schüler haben Jesus für den Messias gehalten und er selbst hat es ihnen bestätigt. Lesen wir weiter. Matthäus 16, 21 Von da an begann Jesus seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Jesus sagt also, so, da ich der Messias bin, werde ich sterben und wieder auferstehen. Doch wie reagiert Petrus? Wir lesen Matthäus 16, 22 Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihn zu beschwören. Das möge Gott verhüten, Herr. Niemals soll dir das geschehen. Seltsam, oder? Petrus ist schockiert. Er will nicht, dass Jesus stirbt. Warum freute sich Petrus nicht, diese Worte zu hören? Er hätte doch sagen sollen, Baruch Hashem, du bist der Messias. Und in Jesaja 53 steht, dass der Messias sterben muss. Juhu. Aber Petrus sagte, niemals soll dir das geschehen. Wir sehen, dass Petrus entweder keine Ahnung von Jesaja 53 hatte oder, dass er Jesaja 53 nach der Meinung von Petrus nicht über den Messias spricht. Das gleiche Spiel beobachten wir auch in Markus. Markus 9, 31-32 Jesus Schüler hatten gar keine Ahnung, worüber er gesprochen hat. Hatte niemand unter seinen Jüngern Jesaja 53 gelesen? Waren sie wirklich so ungebildet? Wenn wir sagen, seine Schüler waren ungebildet, woher wussten sie dann überhaupt etwas über den Messias? Wie konnten sie ihn als Messias anerkennen, wenn sie gar keine Ahnung hatten, was das ist? Oder ist Petrus bei seiner Lektüre nur bis Jesaja 11 gekommen, wo steht, dass der Messias den Wellfrieden bringt? Die Antwort ist, zur Zeit von Jesus hatte niemand die Vorstellung, dass der Messias leiden und sterben wird. Warum nicht? Weil die Bibel genau das Gegenteil sagt, wie ich es in meinem letzten Video erklärt habe. Lasst uns jetzt folgendes machen. Lasst uns annehmen, Jesaja 53 spricht wirklich über den Messias. Wir fragen uns, passen Jesajas Worte wirklich auf Jesus, wie das Neue Testament uns glaubhaft machen will? Jesaja 52, 14 Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. Jesaja beschreibt das Aussehen des Gottesdieners. Er ist entstellt, hässlich und fast unmenschlich. Wir wissen nicht, wie Jesus aussah. Aber gibt es einen Grund anzunehmen, dass er so hässlich war, wie Jesaja es hier beschreibt? Wo im Neuen Testament steht, dass Jesus hässlich war? Schauen wir uns die schönen Kunstwerke der Kirche an. Jesus sieht gut aussehen aus, nicht entstellt. Jesaja 53, 3 Verachtet war er und von Menschenkindern verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Und wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet. Jesaja sagt, der Gottesdiener war verachtet. Wo finden wir in der jüdischen Bibel die Idee, dass der Messias verachtet und verlassen sein wird? Antwort, nirgendwo. Folge, Jesaja spricht hier nicht über den Messias. Aber wir wollen ja annehmen, dass Jesaja doch über den Messias spricht, meinte auch Jesus. War Jesus verachtet und verlassen? Matthäus 4, 23-25 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Syrien. Und man brachte alle Kranken zu ihm, von den verschiedenen Gebrechen und Beschwerden gezeichnete, besessene, mondsüchtige und gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm viele Leute aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ich finde jetzt nicht, dass Jesus hier verachtet und verlassen ist. Im Gegenteil, er ist sogar ziemlich populär. Menschen kommen zu ihm und lassen sich heilen. Lesen wir weiter. Markus 3, 7-9 Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte, auch aus Jedea und aus Jerusalem, aus Edomäa und von jenseits des Jordan. Und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kam eine große Menschenmenge zu ihm, als sie hörten, was er tat. Und er sagte zu seinen Jüngern, man möge ein Boot für ihn bereit machen, damit man ihn im Gedränge nicht erdrücke. Jesus war so populär, dass er Angst hatte, im Gedränge erdrückt zu werden. Das hört sich auch nicht nach verachtet und verlassen an. Ja, sogar im Gegenteil. Lukas 2, 52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus wird immer beliebter. Jesus Superstar. Lukas 4, 14-15 Jesus aber kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgebung. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Jesus wurde von allen gepriesen, nicht nur von seinen Schülern, von allen. Verachtet und verlassen? Hat Jesaja wirklich über Jesus gesprochen? Schauen wir noch einmal, was Jesaja schreibt. Jesaja 53, 3 Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. War Jesus jemals, der mit Schmerzen und Krankheit vertraut war? Jesaja spricht nicht über jemanden, der irgendwann während seines Lebens krank wurde und Schmerzen empfand. Jeder Mensch auf der Welt hat irgendwann Schmerzen und ist krank. Jesaja spricht über jemanden, der sein ganzes Leben lang mit Schmerzen und Krankheit vertraut ist. Wo finden wir im Neuen Testament, dass Jesus sein ganzes Leben lang Schmerzen hatte und mit Krankheit vertraut war? Vielleicht kennt ja jemand die eine oder die andere Stelle und kann es mir zeigen. Jesaja 53, 5 Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier sehen wir ein gutes Beispiel absichtlicher Fehlübersetzung. Er wurde um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Das heißt, er ist für unsere Sünden gestorben. Nichts davon steht im Text, sondern Das heißt, wir waren diejenigen, die ihm gegenüber gesündigt haben. Er ist gestorben als Ergebnis unserer Sünden und nicht für unsere Sünden, wie das Christentum es gerne haben möchte. Jesaja 53, 7 Er wurde bedrängt, er ist gedemütigt worden, seinen Mund aber hat er nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt. Und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Jesaja sagt, der Gottesdiener öffnet vor seinen Bedrängern nicht den Mund. Er schweigt stumm. Trifft das auf Jesus zu? Matthäus 27, 46 Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt am Kreuz und ruft zu Gott mit lauter Stimme, Warum hast du mich verlassen? Ist Jesus stumm und still, wie Jesaja es beschreibt? Er nicht, oder? Im Gegensatz zu Jesus rief Rabiakiva schma Israel, als die Römer Rabiakiva die Kopfhaut abzogen. Aber Jesus beschwerte sich bei Gott, Warum hast du mich verlassen? Jesaja 53, 8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Zwei Fehler gibt es hier. Es heißt nicht seines Volkes, sondern meines Volkes. Die Schuld meines Volkes. Der zweite und größte Fehler ist, es heißt nicht, er ist für die Missetat seines Volkes gestorben, sondern sie waren geplagt. Sie waren geplagt. Es steht in der dritten Person Plural. Die christlichen Übersetzer übersetzen es aber im Singular, damit es auf Jesus passt. Jesaja 53, 9 Der Gottesdiener hatte nie Gewalt verübt und auch nie gelogen oder jemanden betrogen. Trifft das auch auf Jesus zu? In Lukas 8 unterhält sich Jesus mit Dämonen. Die Dämonen wollen sich an einer Herde Schweine vergehen. Wie antwortet Jesus? Lukas 8, 32-33 Nun weidete dort auf dem Berg eine große Herde Schweine, und sie flehten ihn an, sie in diese fahren zu lassen. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Menschen aus und in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Jesus lässt die armen Tiere einfach so sterben. Im Judentum ist es verboten, Tieren Schmerzen zuzufügen, wie er steht in Schmott 23, 5. Aber Jesus verursacht unnötig den Tod einer Schweineherde. Schauen wir uns noch eine Stelle in Lukas an. Begegnet Jesus seinen Feinden mit Liebe? Jesus spricht dort ein Gleichnis. Lukas 19, 27 Diese meine Feinde aber, die nicht wollen, dass ich König über sie bin, führt sie hierher und schlachtet sie vor meinen Augen ab. In seinem Gleichnis will Jesus, dass seine Feinde, also die Menschen, die ihn nicht akzeptieren, vor seinen Augen abgeschlachtet werden. Das haben die Christen im Mittelalter mit großer Hingebung an den Juden durchgeführt. Matthäus 21, 18-20 Als er früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Weg, ging auf ihn zu und fand an ihm nichts als Blätter. Und er sagt zu ihm, nie mehr soll Frucht aus dir hervorgehen in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Als die Jünger das sahen, staunten sie und sagten, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Warum hat Jesus das getan? Statt ein Wunder zu vollbringen und ihn Feigen wachsen zu lassen, hat er ihn verdorren lassen. Nach dem göttlichen Gesetz ist das völlig verboten. Siehe Dvarim 20-19 Markus 11, 13-14 Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, um zu sehen, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Und er sagte zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Was hat Jesus eigentlich immer gegen Feigenbäume? Hat Jesus wirklich keine Gewalt verübt, wie Jesaja es vom Gottesdiener berichtet? Johannes 2, 14-15 Und im Tempel traf er auf die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und auf die Wechsler, die da saßen. Da machte er eine Peitsche aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Rinder und das Geld der Wechsler schüttete er aus, die Tische stieß er um. Er machte eine Peitsche und peitschte alle aus. Wir sehen eine eindeutige Körperverletzung. In Deutschland ist es übrigens strafbar. Hat Jesus wirklich keine Gewalt verübt, wie Jesaja es vom Gottesdiener sagt? Lukas 22, 35-36 Und er sagte zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Geldbeutel und Sack und Schuhe, hat es euch da an irgendetwas gefehlt? Sie sagten, an nichts. Er sagte zu ihnen, aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, nehme ihn mit, wer einen Sack hat, desgleichen. Und wer nichts hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Jesus befiehlt seinen Schülern, ihre Kleidung zu verkaufen und ein Schwert zu kaufen. Seine Jünger bringen ihm zwei Schwerter. Jesus lehnt zwar ab, doch später schneidet Petrus, dem Diener des Hohepriesters, ein Ohr ab. Das klingt nach Anstiftung zur Gewalt. Der oben zitierte Jesaja Vers 53, 9 sagt, dass der Gottesdiener keine Gewalt geübt und dass kein Trug in seinem Munde war. Hat Jesus wirklich nie gelogen? Johannes 18, 20 Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich vor aller Welt geredet und alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden sich versammeln und ich habe nichts im Geheimen geredet. Jesus sagt, dass er alle seine Lehren öffentlich vorgetragen hat. Er habe nichts zu verbergen. Doch was lesen wir in Markus 4? Markus 4, 10-12 Und als er allein war, fragten ihn die, die mit den Zwölfen um ihn waren, nach dem Sinn der Gleichnisse. Und er sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht erkennen, und hörend hören und nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen vergeben werde. Hier sagt Jesus genau das Gegenteil. Zu seinen Schülern sagt er, euch ist das Geheimnis gegeben. Zu denjenigen, die nicht eingeweiht, spricht er in Gleichnissen, damit sie nicht erkennen und nichts verstehen, warum auch immer. Vorher sagt er aber, dass er nicht im Geheimen spricht. Matthäus 16, 19-20 Hier befiehlt Jesus seinen Jüngern nicht zu verraten, dass er der Messias sei. Warum sagte Jesus in dem zitierten Vers aus Johannes, ich habe nichts im Geheimen geredet. Hat Jesus wirklich nicht gelogen, wie Jesaja es über den Gottesknecht berichtet? Jesaja 53, 10 Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und das Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Meint Jesaja hier Jesus? Was bitte heißt, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat? Also genau gesagt das Wort wenn. Nach dem Christentum war es doch die Aufgabe, die Mission von Jesus für die Sünden anderer zu sterben. Also was meint Jesaja mit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat? Will man sagen, dass Jesus zu Gott gesagt hätte, schau, die wollen mir ans Fell. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Ich mache mich, ich mache da nicht mit. Außerdem steht, er wird Nachkommen haben und lange leben. Langes Leben, Nachkommen, Jesus wurde gekreuzigt und weg war er. Jesaja 53, 11 Der Mühsal seines Lebens wegen wird er sich satt sehen und durch seine Erkenntnis wird er, der Gerechte, mein Diener, den vielen Gerechtigkeit verschaffen und ihre Verschuldungen, er wird sie auf sich nehmen. Jesaja sagt, der Diener werde durch seine Erkenntnis Gerechtigkeit verschaffen. Durch seine Erkenntnis? Ich dachte durch seinen Tod, durch sein Blut, wie die Christen es lehren. Was haben wir gelernt? Jesaja 53 widerspricht den Geschehnissen um Jesus, wie sie im Neuen Testament erzählt werden. Jesaja 53 sagt uns nicht, dass es sich um den Messias handelt. Jesaja 53 sagt uns nicht, dass wir an den Messias glauben sollen. Christen übersetzen Jesaja absichtlich falsch, um einen Bezug auf Jesus herzustellen. Nicht für unsere Sünden, sondern von unseren Sünden ist er gestorben. Das christliche Konzept, nur Opfer führen zur Vergebung der Sünden, widerspricht der jüdischen Bibel. Jemand, der Geld gestohlen hat, muss das Geld zurückzahlen. Es genügt nicht, ein Opfer im Tempel zu bringen. Opfer sind keine Notwendigkeit für die Vergebung der Sünden. Das christliche Konzept vom Tod für die Sünden anderer ist gegen die jüdische Bibel. Außerdem, Jesus konnte kein koscheres Opfer sein. Nur Priester durften im Tempel Opfer darbringen, nicht von römischen Soldaten. Die Opfer mussten körperlich unverletzt sein. Jesus aber wurde durch ein römisches Speer durchstochen. Außerdem war Jesus beschnitten. Opfer mussten auf dem Altar im Tempel dargebracht werden. Sie mussten auf dem Altar verbrannt werden. Es ist eine Sünde, Opfer außerhalb des Tempels darzubringen. Opfer wurden nie für zukünftige Sünden dargebracht, sondern nur für bereit vollbrachte Sünden. Das Neue Testament sieht Jesus als ein Pesachopfer an. Jedoch wurde das Pesachopfer nicht als Sündopfer dargebracht. Nach dem Neuen Testament wird nie wieder Opfer im Tempel dargebracht werden, weil Jesus das letzte Opfer gewesen sein soll. Das widerspricht der jüdischen Bibel. Der Messias wird den dritten Tempel aufbauen und Opfer werden dargebracht werden. Ja, sogar der Messias selbst wird Sündopfer darbringen, wie Jeheskel es sagt in Jeheskel 45, 22. Und an jenem Tag soll der Fürst für sich und für das ganze Volk des Landes einen Stier als Sündopfer darbringen. Wenn eslogen und nicht so groß wird, da gehen wir aus. Und dieses Versprechen du dir das Sehen mit den pretendem Boden verhaben will ich nicht. Und das ist gesch Finish-Löser marting doch mit mir ab và ich noch gar nicht Current ist seine Vormen. Aber inhen wir so einer Art des衝enschutzmasch법 und Wormen den Sendichforsber. Hier wirdưng in der części mit Janzieren und Siegforsber mit dem sieizione Bremi. Vielen Dank.